Trage die Zahlen 3, 4, 8 und so weiter so in die leeren Felder der Zahlenmauer ein, dass eine richtig gelöste Zahlenmauer der Addition entsteht. Dies ist die Aufgabe 2 der dritten Stufe der Mathematik-Olympiade 2020-21. Es soll also eine richtig gelöste Zahlenmauer der Addition entstehen. Und wir wissen schon, wenn wir beispielsweise diese Zahl berechnen wollen, dann müssen wir diese beiden unteren Zahlen addieren, also Plus rechnen. Das bedeutet also, dass diese Zahl größer sein wird als diese beiden Zahlen. Und so können wir fortsetzen und uns überlegen, dass die Zahl oben in der Spitze am allergrößten sein muss. Und jetzt brauchen wir hier in dieser Folge von Zahlen uns nur einmal die größte aussuchen und können jetzt mit absoluter Sicherheit sagen, die größte Zahl, also hier die 76, die muss ganz oben in der Spitze stehen. Wie können wir weitermachen? Wir können mit Sicherheit sagen, dass die nächstgrößere Zahl, also die 53, in einer dieser beiden Felder stehen muss. In welchem Feld ganz genau, da können wir uns nicht festlegen. Das bedeutet aber auch, dass derartige Aufgaben nie eindeutig sind. Es würde jetzt eine Lösung geben, wo die 53 hier steht. Und es wird eine Lösung geben, wo die 53 hier steht. Wir sagen jetzt einfach einmal, dass die 53 in diesem linken Feld stehen soll. Ich trage also einmal die 53 ein. Und wenn ihr jetzt einmal schaut, dann haben wir drei Felder, die zusammengehören. Und ihr wisst schon, die dritte Zahl, die können wir jetzt berechnen. Denn es fehlt eine untere Zahl. Wir müssen also die Umkehraufgabe rechnen. 56 minus 53. Und das ergibt 23. Und damit haben wir schon drei Zahlen eingetragen. Und diese drei Zahlen, die streichen wir hier einmal. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir fortsetzen können. Und ich denke, allen ist klar, wir brauchen jetzt wieder die nächstgrößere Zahl. Und die nächstgrößere Zahl ist die 41. Kann die 41 hier stehen? Nein, das geht nicht. Denn 41 plus diese Zahl muss ja 23 ergeben. Und 41 ist ja schon größer als 23. Die 41 kann also hier nicht stehen. Und sie kann auch hier nicht stehen. Damit muss sie hier stehen. Tragen wir die 41 ein. Dann können wir jetzt die Zahl in diesem Feld berechnen, indem wir 53 minus 41 rechnen. Wir erhalten 12. Und so fahren wir noch einmal fort. Wir rechnen also 23 minus 12. Und das ergibt 11. Als nächstes streichen wir erst einmal wieder die Zahlen 41, 12 und 11, weil wir diese Zahlen bereits verwendet haben. Und jetzt bleiben nur noch die Zahlen 3, 4, 8 und 37 übrig. Wir brauchen wieder eine nächstgrößere Zahl, also die 37. Wo kann die 37 stehen? Ganz genau. Die 37 kann nur in diesem Feld stehen. Und da tragen wir sie auch ein. Und jetzt müssen wir noch einmal drei Umkehraufgaben lösen. Und dann haben wir die Zahlenmauer gelöst. Also 41 minus 37, das ergibt 4. 12 minus 4, das ergibt 8. Und 11 minus 8, das ergibt 3. Und wenn ihr einmal schaut, 37, 4, 8, 3, das sind auch genau die Zahlen, die wir noch einsetzen mussten. Wenn ihr Spaß hattet beim Lösen dieser Aufgabe, dann denkt euch doch einfach einmal eine ähnliche Aufgabe aus und lasst sie von euren Freunden, von euren Eltern, von euren Lehrern lösen. Und wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.